Läuft schon, wo sehe ich denn die Zeit, ob was läuft? Keine Ahnung, fragen mich bitte nicht. Ja, also auf jeden Fall sind wir hier, gerade den Wald am Sauberrescheln. Wir sind hier auf der XTERRA Strecke 2009. Wir kommen uns langsam ein bisschen verarscht vor. Nee, überhaupt nicht, super Arbeit. Man muss dazu sagen, wir sind Dennis-Lehrer bzw. Segel-Lehrer. Ja, und wir machen nur mal einen kurzen Schwenk über die Steilheit dieses Geländes. Hier seht ihr etwa die Bäume. Und da geht es oben in die Hölle. Der Teil liegt aber noch vor uns. Der Teil liegt noch vor uns. Ob wir das noch heil überlegen, deswegen als erstes mal ein kurzes Video. Ja, pass auf, Schatzi. So, nochmal für die Angehörigen. Mach gerade noch ein Bild von mir, bitte. Ich möchte nochmal alle grüßen, die mich kennen. Jawohl, das ist voll drauf. Das ist jetzt der Erik. Ja. So geht es oben. Mama, Papa, ich bin nicht schuld, wenn ich tot bin. Ja? Schauen wir da, wo wir gerade oben gekommen sind. Schaut auch ganz nett aus. Ja, lieb. Gut, komm, stopp. Wollen wir noch nach Hause kommen? Ja, lieb. Ich bin nicht schuld, wenn ich das hier verheirte, ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld.